Bienvenue Lucien Favre. Oder wie der charmante Schweizer bei seinen bisherigen Achtbesuchen stets zu sagen pflegte. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sein 09. Besuch in Dortmund wird als BVB-Trainer sein. Wir erwarten in Zukunft eine gestenreiche Coachingzone, Anfeuerungen in der Linksausleger-Handhaltung und die Rückkehr des Doppelfaustjubels, den einst Ottmar Hitzfeld hier kultivierte. Mit der Verpflichtung von Lucien Favre hat der BVB ein erstes Ausrufezeichen für die kommende Saison gesetzt. Punkt. 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 Okay, Herr Favre. Auch gut. Herzlich willkommen auf jeden Fall bei Borussia Dortmund. Wir freuen uns drauf. Punkt. Ausrufezeichen.